machen sondern das hilft ein so ein bisschen das zu verarbeiten aber wenn du alleine wirklich wenn du alleine so ein spiel verlierst dann gibt es dann ist dein tag gelaufen das war bei mir ich glaube nach dem zweiten patch oder so ich stand 14 0 und verliere gegen einen glaubst du dass mich das ernst beschäftigt hat wo ich mir drüber denke ich liege gerade im bett und mach mir gedanken warum ich verliere und weshalb warum warum ich so kacke bin so das ist krank ich will ich gehe regelmäßig um drei uhr morgen spazieren weil ich nicht einschlafen kann nach meiner weekend league regelmäßig das ist und das darf eigentlich kein erzählen das darf eigentlich kein erzählen ich lauf hier durch die gegend wenn mich jemand sieht dann denkt er was geht denn hier ab wie leute es gibt leute die wissen elisa laufig und die sagen ach guck mal der kommt gerade von der wl der kommt nicht vom klub der kommt von der wl die gucken sie auf ihre uhr die machen immer drin 23 27 ist er wieder da so ein alter so ein alter opa und die oma so im hintergrund und was macht er manfred ist er wieder da macht ihr seine runden alles gut ja freunde und deswegen das hilft ein richtig doll und wenn man hier wenigstens so zusammen ist so bei will im stream und bei mir im stream das muntert auf wenn man wenn man sieht wie andere leiden ich meine das kasse an so wie man zusammen leidet weißt du was ich meine ja natürlich weil man weiß ich irgendwo froh macht dass das nicht nur mir so geht sondern ich weiß okay ja ich glaube deswegen mögt ihr das auch immer so im stream dabei zu sein das ist wie als wenn du eine fünf schreibst und wenn du dir einzig bist der eine fünf hat scheiße aber wenn du so siehst notenspiegel wird angeschrieben neun fünfen und du siehst geil der beste freund hat eine fünfte fühlst du dich besser so du denkst ja hier weiß nicht das ist ein scheiß spiel so du kannst dann auch nach hause gehen und sagen ich war nicht der einzige es waren neun leute die ne fünf haben dann sagt jeder so ja okay wir sitzen alle im gleichen loch